Popcorn für die Vögel. Hahaha, das wird was. Die sind da so geil drauf. Das ist der nächste Tomajab, ey. Ihr könnt doch nicht morgens um, keine Ahnung, um 8-9 Uhr noch pennen. Ihr seid immer so früh wach hier. 4 Uhr, ich fang mir an zu quaken, um 3, ma 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 ma. Aber das ist alles Natur pur, yeah. Das ist der erste, verkannte. Mal gucken, ob sich heute bestimmt, ey. Die sind echt, da links habt ihr gesehen, noch verkannte. Die müssen halt gebrauchen eine Zeit, bis sie verstanden haben, was da was liegt. Schauen wir mal. Ich glaub, die wurden nicht fast. Jeder hätte, die achten nicht zu gucken, ob die alles hinten raus noch weiß. Ich hätte die sicher da runter fliegen können. Positionswechsel gemacht, ist jetzt unten in den Bäumen drin. Ich warte mal, wie ich bin. Jetzt kommt ein Rabe, der checkt die Lage schon. Es geht bald los hier. Da ist der Popcorn. Da ist die nächste, die Elster. Da. Und gleich geht's hier los. Die müssen erstmal abschicken, alle Male. Ich glaub, die formieren sich gerade. Eine Elster ist gerade hier obergefungen auf der anderen Seite. Die bilden gerade einen Kreis, damit sie gleich mit dem Sturzflug hier angreifen können, um sich da Popcorn zu holen. So viel Zeit, ey. Der braucht da ziemlich lange. Ich weiß ganz genau, der holt sich mal. Das ist der zweite in der Hang. Seht ihr an den Karlhaus da. Die Sache, die formieren sich hier. Glaub mir das. Die sind alle abgesprochen. Alle abgesprochen. Drei Stunden draußen gesessen habe. Unterkühlt bin ohne Ende. Bin ich jetzt rein gegangen und ich veräppel die mal. Ich fuhre jetzt mal von innen. Da sind sie. Da holen sie sich das. Ha! Ich wusste es. Ha! Mega! Kommt gleich noch ein zweiter dazu. Der Flug von oben rum. Ja, so geht das hier. Aber die verarschen an die auch, ne. Die wissen, dass ich jetzt hier weg bin. Jetzt gleich zack, zack, holt er sich der nächste. Da sehen wir noch ein Bild. Kriegen wir ein Bild, den Popcorn im Mund hat. Der Schnabe, sorry. So wenigstens. Boah, ich hab' dir angezeigt. Scheiße, ey. Und dieses Handy macht mich noch fertig, ey. Guckt sich das nach unten. Weg. Leute, wird im November wieder absolut geiles Wetter her. Mega, absolut geil. Wir hängen schon wieder zwei in den Bäumen. Da fliegt der nächste rum. Die kommen gleich wieder. Wartet mal ab. Gerade ist mal Socken angezogen, weil es so knapp ein Grad hier. Und so als Tier vorgehaftet. Das kostet alles Zeit. Heute machen wir es noch mal. Langnese. Sonnenschurnage. Denk ich immer noch mal an Urlaub. Ist einfach alles gut hier. Also da ist er schon mal. Jetzt fühlt sich dran. Ganz langsam. Vorsichtig, ich könnte mich ja bewegen, ne. Jetzt geht er hin. Gleich. Gleich holt er sich der Popcorn. Pass auf. Einen direkten Weg. Zum Popcorn. Einen direkten Weg. Jetzt. Jetzt gleich. Wartet. Wir kennen ihn. Zack. Das ist der Popcorn. Und dann. Ah. Zack. Und dann hat sich die Bräute geholt. Geil. Kann ich bestimmt mit ganzen Tierschutzverbänden Ärger. Aber die. 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 Essen hat so gerne. Absolut. Wir werden nur noch Popcorn den Führung geben. Ich werde es mal in Google nachlesen. Aber ich glaube, da werde ich nichts drin finden. Das war's. So nach viereinhalb Stunden kann ich jetzt eigentlich mal Feierabend machen. Geil. Und zack. Alles weg. Zack, zack geht das. Find yourself. Free a slave. Create your new world. Revive true love for yourself, which will change your world constantly. This is true creativity in the path and purpose.